Hallo, mein Name ist Katrin. Ich bin drei Monate zu früh auf die Welt gekommen und deswegen habe ich ein kleines Handicap mit meinem Bein. Ich habe leider am rechten Bein, am rechten Fuß habe ich nur drei Zehen und er ist auch viel kleiner und viel schmäler als mein normales linkes Bein und deswegen bin ich jetzt hier schon sehr lange bei Polic hier dabei, die mir dann immer wieder ganz tolle Prothesen zaubern, mit denen ich dann meinen Alltag besser bewältigen kann und auch das Glück habe, schöne Schuhe anziehen zu können und deswegen habe ich jetzt hier meine neue High Heel Prothese bekommen, was ganz besonderes, auf die ich mich sehr freue. Es ist eine für richtige High Heel Schuhe, da kann ich fast schon bis zu zehn Zentimeter Schuhe anziehen. Viele haben mich ausgelacht, aber ich habe gesagt, nein, auch wenn ich so ein Handicap habe, ich möchte gerne solche Schuhe anziehen und ich habe natürlich auch noch meine ganz normale klassische Prothese, mit der ich dann jeden Tag laufen kann und man sieht eigentlich keinen richtigen Unterschied zu den normalen Füßen. Also wenn ich die anziehe, dann sagen immer viele, oh, das sieht man überhaupt nicht und genau. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, auch mit einem zu kurzen Unterschenkel auf die Welt gekommen bin und dann vor zehn Jahren meine Beinverlängerung hatte, bin ich jetzt umso glücklicher, dass ich hier nach Aschau, nach Traunstein zurückkommen kann, um quasi jetzt nur noch mir diese tollen Prothesen machen zu lassen, anstatt immer nur noch ans Krankenhaus zu denken und an meine Beinverlängerung. Wenn ich in einen Laden gehe, dann schaue ich immer nach, welche Schuhe mir gefallen könnten und gehe dann schon im Kopf immer so ein bisschen durch, welche Prothese könnte dann zu welchem Modell passen und dann, genau, dann werde ich immer meine Prothesen anziehen und die Schuhe anziehen und eigentlich zu 90 Prozent passen dann auch die Schuhe mit den Prothesen zusammen. Und diese Prothese hier, das genau ist jetzt die hohe Prothese, da habe ich jetzt mit Absicht, haben wir da jetzt nur zwei Zehen machen lassen, weil ich einfach dadurch mehr Stabilität habe. Also das hat jetzt schon seine Richtigkeit, dass die Prothese jetzt so aussieht, wie sie aussieht, weil ich einfach, wenn ich dann in so hohe High Heels reinschlupfe, weil man da meistens dann immer nur zwei Zehen oder vielleicht den dritten so leicht sieht und deswegen habe ich mich dann dafür entschlossen, zwei Zehen zu machen, gestalten zu lassen, damit ich einfach mit der dritten da mehr Stabilität habe in meinem Schuh drin. Also ich bin Bürokauffrau und wir dürfen uns anziehen, wie wir wollen, aber im Büro möchten wir uns doch schon öfters auch mal schick machen. Früher waren wir auch oft mal auf Messen unterwegs. Ich bin in der Zahnmedizinschiene und da haben wir uns natürlich schon auch immer schick gemacht oder wenn wir auch Kundenkontakt haben, wir bieten bei uns im Haus Kurse an und deswegen haben wir da auch immer mal wieder Kundenkontakt, wo ich dann diese Prothese auch oder diese Schuhe dann auch anziehen kann. Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn du irgendwas brauchst, du weißt Bescheid, du rufst einfach an. Genau, also so fühlt es sich jetzt gut an. Ich werde es jetzt testen, auch mit anderen Schuhen und wie gesagt, ich hoffe nicht, dass irgendwas ist, aber falls, dann melde ich mich nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020